Ich war noch im Stau wegen der Flüchtlinge. Die Batschakke aus unserem Dorf hat Deutschland gesagt. Hallo! 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 Wenn in der Nachbarschaft Batschakke rumlaufen, Batschakke-Flüchtlinge-Diebstähler-Alles fehlt. Genau. Sie wundern sich bestimmt, warum ich diese schutzsichere Weste anhabe. Das hat nichts damit zu tun, dass ich diesen zwei nicht vertraue. Nein, ich fürchte um mein Leben. Wir brauchen Eier. Verstehen Sie? Das verstehe ich mit meinem Namen. Engagement. Wo ist meine Tasch? Stopp! Wo ist meine Tasch? Simone, kommst du nachher noch zum Schützehaus? Simone, kommst du noch zum Schützefest? Schützefest! umentape, schützefest.